Ja, da ist sie jetzt die Siegerin bei den Damen. Nancy Kiprop, congratulations once again. Ja, noch einmal Glückwunsch, Bert. Danke, ich bin froh, wieder in Wien zu sein, zum zweiten Mal hier gewinnen zu können. Ich bin total aufgeregt. War das Ziel, nur zu gewinnen, oder hatten sie auch eine Zeit, die man auch hat? Ja, ich wollte natürlich auf den Streckenrekord losgehen, aber das Wetter hat mich da natürlich nicht unterstützt, es war etwas zu heiß, aber ich bin trotzdem sehr glücklich für das Ergebnis. Die Temperatur hat vielen Athleten zugesetzt, wie ist es ihnen gegangen? Ja, ich war die lange Zeit unter dem Kursrekord, aber ab Kilometer 38, es war dann einfach. Ich bin zu heiß und da konnte ich dann diese Zeit nicht halten. Wenn ich die Organisatoren wieder einladen, dann werde ich natürlich sehr gerne wiederkommen und eine Ticke verteidigen. Ja, die zweifache Siegerin hier hat wohl eine Freikarte in der Startliste. F1 wird nur vergeben, wenn die Siegerin da ist vom Vorjahr. Kommk! 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 Frau Hahn!